Leute, ich kann euch jetzt meinen neuen Partner für die FIFA 22 Saison vorstellen, ihr seht es, Eneba, ihr kriegt dort die günstigsten PSN-Cards, die günstigsten FIFA Points, ihr könnt euch dort natürlich auch FIFA 22 vorbestellen, der Link ist unten in der Videobeschreibung, natürlich kriegt ihr dort alles ein bisschen günstiger und ihr habt sogar noch einen Rabattcode und zwar in der Videobeschreibung findet ihr den, checkt es gerne mal aus, ihr unterstützt natürlich mich, wenn ihr über meinen Link kauft, ich würde mich sehr darüber freuen, Link ist wie gesagt unten in der Beschreibung, Eneba, gerne mal abchecken, mein neuer Sponsor für das Jahr FIFA 22. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.